ja und damit recht herzlich willkommen hier bei ori and the blind forest mit mir eurem oro und wir machen da wo wir letztes mal aufgehört haben weiter und genießen dieses wunderschöne spiel also liegt das design ist zwar sehr düster gehalten aber wirklich wunderschön dies doch hier hat ja schon mit einem jahr ein tauchenschlag angefangen nennen wir es mal so war ein tauchenschlag so würde ich nicht nein jetzt hat er mich platt gemacht so eine schande ich komme da nicht hoch da oben ist da was was ist das mit den stein die musste um oder eine nähere information sein das habe ich alles noch nicht durch kräfte und zünder herr okay ja auch wenn ich hätte trotzdem ich sage es ist jede ori and the blind forest ein geniales spiel ich kann es jedem empfehlen unterstützt die entwickler es macht der anfang ist schon alleine bombastisch sagenhaft spaß wir sind wirklich teilweise nur zum heulen der hat dieses jahr mit höflich ausdrücken dieses kleine miese sagt es sich mit ihm voll nach erwischt aber jetzt beim ersten übersehen den weg ja sicherheit so wie ich mich kenne und mich kenne ich gut was haben wir denn da ach das sind die geistertore okay ja wir haben eine schüssel und tür offen sehr schön mensch da sind wir ja schon mal richtig gut vorangekommen so wie müssen wir keine ahnung da hoch ach voll erwischt ja wir werden dann mal jetzt hier weiter rufen ne portal schüttel haben wir keine mehr und voll erwischt diese komische stachelpflanzen glatt machen und wir hier ein bisschen freien weg haben ich hab da gerade keine ahnung ob ich überhaupt den richtigen weg gehe aber da ich grundsätzlich immer falsche wege gehe vermute ich mal ich bin falsch aber naja muss alles positiv sehen ok 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 ne ach so das war gar nicht keiner von diesen kartensteinen ist doch noch im gang wie komme ich denn dahinter kann Uri vielleicht tauchen ich benutze dämlich dazu werden wir ja gleich sehen ok 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 Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! und wiederholt a drücken ja geil ich kann jetzt an wänden latschen das das finde ich jetzt natürlich sehr sehr stylischer wir sind nicht falsch gelaufen wir haben neue fertigkeit erlernt das ist immer gut bühne beinahe mal wieder ja ist das nicht klasse jetzt können wir an wände latschen wir können durch schießen du nicht und rübergekommen hör auf mich anzugreifen wir sind hier nicht im kindergarten ich mag das nicht was war gerade das wir sind immer noch halbwegs falsch würde ich mal so ganz als wir mal gucken ob tauchende fertigkeit ist ne sieht mir nicht so aus ich sehe da zumindest kein tauch symbol oder ähnliches ähnliches ich habe mich anzugreifen so schieben wir mal den Ast komische Teil da machen mir echt Sorgen den mag ich nicht so schieben wir mal den Ast Oh, 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 das war eng, das war eng. Das war gerade richtig enge. Aber hey, sind wir nicht gut? Wir sind sowas noch gut. Das war feier, witzker. So. Und da kommt jetzt irgendwas runter. Ah, wieder klettern können. Ha. So schnell lasse ich mich von dir nicht ärgern, mein kleiner. Wieso kann er da gerade nicht hochklettern? Wahrscheinlich muss ich den ganzen Weg normal latschen, weil die jetzt runtergefallen sind. Uh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich jetzt äußerst un-sempathisch von dieser kleinen Statte. Was gut ist, die Steine bleiben wenigstens soweit liegen. Äh. Und das ganz normal. Ja, da drüben liegt irgendwas. Und wenn da drüben was liegt, dann muss ich es haben. Denn alles, was drin liegt, kann man ja gebrauchen. So, dann schauen wir mal. Ja, 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 ja. Ah, da haben wir doch so einen komischen Stein. Wo war jetzt diese komische andere, äh, der war glaube ich dort hinten. So, weg mit dir. Platz da. Ja. Da wird uns auch noch der Weg schön offenbart. Und, äh, ich denke, ich weiß nicht richtig, wo ich lang muss. Na, gespeichert hat ein guter, da können wir wieder Punkte vergeben. Ah, unten, das ist also zu mir sehen, da werden wir keine Speicherstände, okay. Und das Portal werden auch gemacht, mehr oder mehr auszusehen. Aber ich will nur mal zurück, denn wir können jetzt an Wände laufen. Du kleine, miese Ratte. Da würde ich vielleicht auch noch mal vorbeischauen. Aber jetzt gleich noch mal eher was anderes geguckt. Okay, Wasser ist ungesund für uns. Aber ich vermute, dass man da tauchen muss. Irgendwie noch später. So, wo waren das jetzt? Dieser, äh, der Startpunkt. Ja, wir sind genau drüber. Ne, 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 ne. Nochmal, lass mich von dir nicht erwischen. Ah, einen Fertigkeitenpunkt gefunden. Wenn wir schon einmal hier sind, dann machen wir, äh, hmmm, hmmm, huhm. Das fand ich interessant. dann würde ich sagen ziehen wir weiter von dannen die Seelenverbindung ist bereit da war jetzt nichts ja leg den nicht mit mir an denn ich habe jetzt noch mächtigere Blitze ne da komme ich noch nicht durch das blockiert er mir noch das ist natürlich sehr sehr gut ja dann würde ich sagen gehen wir jetzt durch das Portal weiter und suchen unseren Baum ja unseren Baum ja 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 okay äh das wär total reinfall meine Lebenszelle wieder verloren sehe ich gerade das heißt die muss ich wahrscheinlich wiederholen mhm hier muss ich laufen natürlich das nächste Mal mache ich da vorn Speicherpunkt setzen aber genau für sowas bin ich völlig unbreddestiniert ich hab da ich bin was movement angeht ja totale movement krippel dann gehen wir erst mal wieder hier hoch weg mit dir Lebenszelle wieder eine eingeholt und weiter geht's weggebombt wieder schon mal sehr sehr schön aus diesmal und diesmal werden auch einen speicherpunkt setzen dann würde den ganzen weg nicht normal laufen müssen ich sehe das nicht eher schlimmer weil es recht flink geht ich kann diese komischen pflanzen leider Gottes nicht um ja vernichten nehmen wir es mal höflich das war jetzt volle Lotte erwischt ja einen lebenspunkt haben wir noch so wird um Geist der Gangenheit versiegelt dann gehts jetzt damit ok also wir müssen mal weiter suchen wir kommen wieder unten ran das ist die große Preisfrage die ich mir gerade stelle ne von unten nicht und muss auch dicht so so jetzt warten wir bis hier die Blume kurz gespuckt hat das war total fail nichtsdestotrotz machen wir an dieser stelle wieder Feierabend bei Ori in the Blind Forest mit mir bis zum nächsten mal tschüss ja das ist so